Unsere Vermessertour beginnt heute in Zwickau, der viertgrößten Stadt Sachsens. Und wie es so sein soll, auch der Baum ist der viertgrößte in Sachsen, jedenfalls zum heutigen Tag. Bis zum heutigen Tag, genau 17,50 Meter ist er hoch. Und wir fahren jetzt weiter ins Erzgebirge, aber vornweg nochmal ein schönes Bild. Hier, hier stehen noch viele weitere Bäume, nehmen wir unser Auszubildender Paul Nein. Und das sind die Bäume der Kindereinrichtungen in Zwickau, die hier zum Wettbewerb ausgestellt sind und die dann prämiert werden. Also es geht jetzt weiter, bis gleich.